ARD Text im Auftrag des ZDF Ey geil, er kommt mir direkt entgegen ATTACKEN!!! Ich ramme den voll Töte ihn nicht Nee, ramme, hab ich gesagt Geh weg Fuck Jaaah, verdammt Ramen Ramen Dann lässt du mich einfach stehen Nimm ein Auto, Arlin Ich wollte, aber er ist losgefahren Scheisse Nimm ein Auto, komm Arlin Ich wollte ja Aber der hat mich überfahren Mordor, wo bist du? Die Rebäne bescheisst mich Hilfe Alin schreit um Hilfe Hilfe Ich wollte bei dir einsteigen Ist das so ein Fake-Hilfe-Ruf? Ja genau Kannst du jetzt auch schon Fake-Hilfe rufen Wie heisst das so schön? Wie gelassen Wie gelassen? Fang ihn! Papi, fang ihn! Ja, ich bin ja dran! Nein Wir liegen hier rum Und er macht die Hauptvision für mich Nein Die blöde Sau Nein Du sollst die nicht töten Da hab ich ja auch noch gefahren Und geflogen Du musst ein bisschen mehr chaotischer fahren Dann klappt das schon Jetzt! Da! Let's go! Genau! So geht das! Genau! Ich kann Elway sehen Ja, geht weg dann Ah! Hält es dir an? Jetzt! Jetzt! Nicht überfahren! So Los! Haben sie Profis auf mich angesetzt Respekt Gringos Respekt Gringos Oh! Hinter uns Ich scheisse Rein mit ihm! Das schon Nada! Das schon Nada! Das schon Nada! Scheisse, Scheisse! Scheisse, Scheisse! Marien, ich weiss ihn endlich rein! Bleib stehen! Weiter auf mich! Kommt sie wieder zurück oder lässt sie mich wieder liegen? Ey, wo liegt's denn bitte schön? Ich bin am Geschütztom. Wow, das ist jetzt aber weit, oder? Wow! So ein Scheisse! Wow! Ey, das ist jetzt also mega weit gewesen! Ja! Nein, ich will nicht fahren! Oh no! Total weit war das jetzt! Wir haben ihn am perfekten Punkt geholt! 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ah! Einen mehr! Einen mehr! Acht hab ich jetzt! Möchte dann jemand mit mir fahren? Oh! Habe ich's jetzt beides miteinander gemacht? Akte genommen und dich geheilt! Ich sollte, dass Ablanka Deutsch nicht in die Hände spielen? Nein, Kleine! Du spielst sie mir in die Hände! Das bringt mir Punkte bei Esvenio! Und dann? Verfolgen wir die Sehwindung an? Warum soll ich Waffen verschieben wie das ATF? Den Kartellgewehre zu geben, bringt mir nicht! Du wirst denn nicht bei mir als Schütze mitfahren? Baba! Ah, okay! Oh! Ins Auto reingeploppt! Ach, ins Auto rein! Okay! Nee, Mordor ist aus dem Auto ausgestiegen und in mein Auto reingeploppt! Du willst auch mit uns fahren? Nee, will er nicht! Ich was auch! Nee, er will nicht! Sein Ernst! Jamin! Nimm ich den Müll! Halt an! Wir nehmen... Wir nehmen... Wir nehmen den mit! Wie gelassen, ausser Kraft gesetzt! Oh! Warte! Zitat! Scheiße! Eiii! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ey! Das ist doch geil! Aufpassen... Ey, Anni! Jens. Ja, jetzt kommt! Hahaha! Hmh, Nimm die Drohne runter! Mordor! Nein, 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 ist Eigensicherheit! Oh, Mann, oh! Ja, geil! Dreh um! Dreh um! Dreh um! Das ist das Schöne in diesem Spiel. Ja, cool. Einmal über mich drübergerollt, ja. Oh, nein! Ich bin tot! Wieso bin ich tot? Bist du? Ach du Scheisse! Oh Gott, ich bin in die Luft geflogen! Habe ich auch ihn gesprengt? Aber ich finde es schön, dass es steht im Kopf getötet und nicht. Du bist doof gefahren. Ja, eben. Selbst schuld. Selbst schuld. Ah, kämpft. Okay. Hey, hörst du auf da drüben, du... Alter, blöder. Evi. Ja, ja, ja. Ihr wolltet den Krieg. Ihr könnt ihn haben. Ja, ja. Hier! Der bleibt aber lange da oben kleben. Mordor. Bei mir hängt der immer noch in der Luft. Ja, bei mir auch. Jetzt explodiert er. Der Schwanz fällt runter! Nur der Schwanz! F**K, f**K, f**K! Ey, hallo. Geht's noch? F**K, f**K, f**K? F**K, f**K! Der blöder Sack da ist ein grosser Wo müssen wir hin? Der Motor ist rausgeflucht Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört Ich bin irgendwie oberhalb Müssen wir da in das Lager rein? Ja, sie haben aber einen Drohnenstörer Also es sieht so aus, als ob der Stream beim Mordor hängt Ich würde sagen... Er ist wieder rausgefallen wahrscheinlich Ah ja Ok Spielen wir einfach mal weiter, das wäre nichts Ok, auf der Strasse, wo wir vorhin gesehen sind Ich bin immer noch 500 Meter von dir weg Wieso ist das bei mir weiss? Ich habe das ja auch noch nicht gemacht Ja Siehst du gerade irgendwo den Gemma? Ja Nein, Moment mal Weil das den Mordor aktiviert hat Obwohl ich eigentlich das aktiviert habe Ich bin noch zu weit weg zu Wern wir Suchscheinwerfer Es ist komisch Es heisst eigentlich die Drohne ist gestört Aber wenn ich da ein wenig weiter weg fliege Ich bin trotzdem die Drohne Jetzt fängt sie an Die scheiss Drohne funktioniert nicht, sie wird gestört Mit ihm sind es 10 Warte, da habe ich schon mal gesehen Du kannst auch zielen und ins Teil hineinschauen Aber nicht schiessen Wenn du dann langsam durchschaust Aufpassen wir an meinen Geschützturm Dann gehst du auch die einzelnen auf Jaja, nein Das ist hier einer Der Mordor hat eine neue Part So, einer Habe ich jetzt erledigt Gerade einen Schluck auf, Markus Schön Das sind jetzt 10 Ja, also wenn ich viel zu viel lache Dann habe ich oft einen Schluck auf Wir stehen vor der Aufgabe da Die drei zu erledigen Ja, ich komme zu euch Ich starte gerade das Spiel nochmal neu Ich hatte anscheinend einen 24-Stunden-Disco Ich hatte auch für eine Minute Keinen YouTube mehr Ach So, das Spiel wird gestartet Vom Schrein Ich sehe noch kein Thema Wo war der da hinten in der Ecke? Mal in die Richtung, wo du jetzt schaust Am Ende vom Schlager ist dieser Ding Schonmal 90 wie im Sterben Oh mein Gott, bin ich erst erschrocken Oh mein Gott, bin ich jetzt erschrocken Oh Was ist denn passiert? Weiss auch nicht Vielleicht hast du ins Mikro gepustet Achso Ich steu hier rum Und voll Und dann Bechin ja was soll da sein den typen müssen wir zuerst erledigen ich bin hier in der basis drin und schleiche rum was du bist drin wo bist du drin da ja aber so weit drinnen bist jetzt noch nicht bist du da über die mauer geklettert jeder hat eine treppe ich habe eine schöne treppe er hat eine schöne treppe ich habe eine schöne treppe treppel die trip treppel die dem die allen ist wieder da die drohne ist oben die drohne streikt sie stören sie bestimmt dann lassen wir das jetzt kommen raus so schnell wie es geht raus 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 wir müssen rüber ins andere lager weil wenn wir jetzt hier um ballern müssen wir die ganze anlage aber haben wir dann am hals bleibt wo ihr seid ich vorne neu genau ich zu neun gehen ich renne schon mal außen rum damit ich schon da drüber bin weil hier ist einer der ist gepackt der war auf dem balkon nee markus wir müssen einfach nur den strom ausschalten in dem ding ist alles aus ich habe den alarm ich habe es nur auf die typen abgesehen die wir umbringen müssen die zwei noch ein richtung weil ja ich mach mal hinten ist noch mal ein alarm da wo die zwei jahre sind ja hinten hat es noch einer aber der von hier vorne ist weg 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 du kannst bei mir ich wäre noch außerhalb wenn ich jetzt nicht wundern nicht wundern in 321 geht es nicht aus jetzt ok ok die anderen haben ein einzelnes motor kommst du raus aus dem lager wir müssen über die straße rüber ins nächste ja ja ich wollte eigentlich der strom den strom noch aber das galt leider nur für das eine lager der strom ich versuche hier raus zu kommen ich versuche und sonst warte ich mal hier an der ecke da kannst du bei mir spornen wenn du irgendwie hänge bleibst oberhalb von dir sehe ich noch nie dort musst du immer dann laden ich hasse das ja wissen du am anfang vom lager da wo jetzt der alarm los geht weil ja ich kann nicht schnell reisen bei dir ja ich werde gejagt die aline hat schon angefangen um zu ballern nee ich habe den alarm ausgeschaltet den scheinwerf nee das ist dann wohl wegen mir weil ich ja eben gesehen wurde wegen dem ding er ist erledigt ich habe einen erwischt komm mit aline aline hier hinten ja jetzt können wir uns noch rum ballern wenn wir wollen um spricht wird es von dem motto verdammt schien ausbilder zu finden und wenn die vollfassen nicht zu schaffen wir das der heli ist immer weg wenn der heli schon weg ist dann der bleibt schon fast stehen die grüne armee hat schon alles erledigt wasser jetzt sind wir noch markieren wer ist getroffen ich habe nicht gesehen dass hier so viele sind aber geil mit der grüne haben mehr als die jetzt schon gemacht haben zustand ziemlich schlecht vom 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 dem vom dem wenn der ihm ist roh s erfüllen das schweine packen können wir noch markieren gehts habe ich schon okay alles klar alle autos in ok was wollt ihr ein heli ich wollte jetzt ein heli bestellen aber scheisse das habe ich unter anderem bestellt wo man das ist max ist auch eins da 2,5 kilometer habt ihr jetzt noch irgendwas unterwegs bis zur markierung bis zum c ich habe hier auch eine gelbe akte bei a habe ich eine gelbe akte hier ist nichts mehr stop stop Ja. Sterbe! Ballere! Sterbe! Ich komme und keine, die ich zack. Das ist, weil das Gebiet wahrscheinlich noch so viel schwerer ist, dass ich so schnell sterbe. Jein. Du kannst nichts mehr bewirken, dass du leichte sterben schon zuvor kannst. Die Gegner werden pro Sterne immer komplizierter. Und immer mehr um sie verstärken. Lass uns nicht. Okay. Hier ist keine. Hier ist noch eine Akte. Eine Kindsbejagd im Haus. Wo? Hier. Auf dem Sofa. Mir zeigt es gar nichts an. Nein. Habe ich schon. Ja. Ich. Okay. Ja. Ich habe ja hier. Mir fehlen zwar immer noch 5. Hallöchen Pink. Aber ich habe hier nichts. Dankeschön fürs Rennjomping. Schlaf gut. Und danke dir. Pink. Schlaf gut. Träumen was schönes. Komm der Rebellen auf dem Fahrzeug? Und geniesse den Sonntag. Und geniesse den Sonntag. Ich habe ein Heli bestellt. Kommt ihr nicht? Wow Bruder. Aus aus dem Auto sofort. Ja. Wachen sie es nicht schwerer als sich. Ja. Flieg mal los. Ich fahr in die Richtung mal. Bisschen. Das sieht denn cool aus hier. Eine Hippie Ecke. Alles so mit. Schmeierei. Schmeierei. Dankeschön. Weiter gehts. Ohne Dug. Ohne Dug. Genau da. Hier ist deine Waffenkiste. Moment. Blöder. Offen Arsch. Ich zeig dir was. Hier. Eigentlich habe ich den platt gedrückt an der Wand. Das interessiert den Scheissdruck. Hier ist eine Waffenkiste. Das ist eine Waffenkiste. Das ist eine Waffenkiste. Das ist ein Waffenkiste. Das ist eine Waffenkiste. Das ist eine Waffenkiste. Das ist ein Waffenkiste. Einer ist auf dem Dach. Moment mal. Schwein? Zwei Schweine? Stehen bleiben. morgens schnitzel lecker schnitzelchen so haben wir ja alles fünf unitart freunde kleben die sind einfach hinter dem haus verstärkung kommt es war alles hier ich fliege ich bin drin Die Drohne fliegt. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Okay, die Waffenkiste ist neben den... Eine Kingslayerakte hat es noch. Mit der Nummer eins und die Nummer zwei, die zwei Typen, die sind oben auf dem Dach. Da hat es auch Munition. Die Waffenkiste ist im Gebäude weiter drüben. Ja, ich weiss. Aber die schiessen dann auf uns. Und da oben hat es Munition. Also ich will zur Munition. Und auf der Munition... Ne, das ist die Kingslayer. Wo ist die Scheiss Munition? Achtung, da ist noch einer. Mehr. Ah, da hat es schon ein paar mehr. Alles ein bisschen so dicht besiedelt hier. Noch ein Ziel, mach 10. Okay. Nehm ich mir mal den da vor. Und den da. Und jetzt die Nummer eins und zwei. Das ist sogar so wichtig. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Kommst du zu mir rein? Hier ist die Kiste Oh, kann ich gebrauchen Hier hat's noch gleich Muni neben der Waffenkiste Dach ist nix Bin ich dort Däckig jetzt? Ja, nebenan im Gebäude ist die Kingslayer-Akte Hast du die schon? So, wieder da Hallo Shinjako, danke dir Hier wurden die zwei Typen rauf und runter Ganz die Loot Danke dir Mäuschen Danke dir Ich komm zu euch zwei So Hast du die? Dann hat's noch ne Bonusorten hier? Wie kommst du darauf? Wir gehen rein, hacken die Aufzeichnungen und schicken die Infos an Bauman Mit etwas Glück finden sie dann die Identität unseres Ausbilders Was? 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 Es ist eine Santa Blanca auszeichnung. Der Bonus-Ordner ist im Gestell hier, im Zimmer.